Oh Mann, was stinkt hier so? Hast du wieder eingeschossen oder was? Oh Scheiße, was ist das für eine Frau in meiner Toilette? Hier wohnt doch gar keine Frau. Muss mal gucken hier. Diese Papagei ist schon wieder. Der ist vom Nachbarn gekommen. Jeden Tag kommt er und sinkt in meiner Toilette. Ich mach dich Curry, geh raus hier. Also ich erinnere mich ab jetzt gesund. Karotten liebe ich. Was der andere macht. Ich meine, ich will auch was. Lass mir was übrig. Du vielfass. Wo sind meine Karotten? Ich will auch was. Hey, warum gibts ich ihm? Das sind alles meine. Das ist mein Handy, gib mal her. Hey, los. Dieses Handy ist meine. Gib mal schön her. Du hast genug gespielt. Das ist mein Handy. Mein Gott. Los, gib her. Hey, los. Lass los, das ist mein Handy. Gib mal her. Hey, nicht nochmal. Nicht die Flasche. Hey, pass auf. Lass die Flasche in Ruhe. Beruhig dich, Mann. Nee, du machst das nochmal. Du hast schon 10 Stück kaputt gemacht. Hier, hör doch nicht rum, Mann. War doch nicht Spaß, Mann. Ja, besser so. Ein Letterli, bitte. Du hast doch gerade 500 Gramm Hackfleisch gegessen. Ach ja, stimmt ja. Hast wieder vergessen, was? Lass mich in Ruhe. Hey, 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 hey. Hey, hast du auch noch mit? Ich hab noch nichts gemacht. Lass die Katze in Ruhe. Komm her. Gib dir Leckerli. Komm her. Okay. Ach, feiner Hund. Verdammter Hundesohn. Komm her, aber sie übertreibt immer. Verdammter Hundesohn. Wenn du noch einmal gegen meine Mann schaust, dann bring ich dich auf. Verstanden? Hey, guten Morgen, Leute. Ein Furz am Morgen, verdrängt Kummer und Sorgen. Na, was machst du denn hier? Was ist mit dir los? Hey! Hey, bleib locker. Was geht hier ab, Mann? Wir räumen nur ein bisschen auf. Was geht bei dir ab? Ihr habt die ganze Wohnung umgestellt. Nein. Oh, scheiße, meine Freunde. Ich bin heute früh aufgestanden. Und diese hässliche Katze, oder was auch immer das ist, steht hier und guckt mich an seit zwei Stunden. Wir haben Angst, wir gehen nicht aus der Wohnung. Hey, geh weg da. Mach raus, geh weg hier. Scheiße, ich rufe die Polizei. Ich mach dich, Corrie. Meine Katze, meine Pussycat, krieg auch Angst da oben. Mein Pussycat, bitte keine Angst haben. Ich werde schon helfen. Bleib ruhig, okay? Scheiße, ich brauche Hilfe, ich rufe die Polizei. Der geht nicht weg hier. Oh, scheiße, immer noch guckt er mich an. Ich kriege Angst, dieser Blick guckt man in die Augen. Ich weiß nicht, guckt er rechts oder links. Scheiße, oh nein, ich weiß nicht. Geh weg, geh weg, scheiße. Pussycat, du Scheiße. Du hast meine Mutter gar nicht drauf gegessen. Nein! Gib's zu! Ich mach dich nicht los! Gib's zu, Mann! Lass los! Na, das liebt mein Kater. Schön vollgefressen und dann schön am Bauch gestreichelt werden. Das magst du doch, oder? Ja, auf jeden Fall. Halt deine verdammte Fresse! Wenn du mich noch einmal überrierst. Okay, sorry. Ich ziehe dir das Fell über die Ohren. Das hat mir Spaß gemacht. Verstanden? Ja, okay. Also, ich zeig euch jetzt das Rezept für meinen Lieblings-Smoothie. Bro, die Kamera musst du auf mich richten. Halt die Fresse! Gib mir einen Kuss. Und noch einen Kuss. Okay. 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 Oh, Scheiße. Diese Katze ist wieder meine SN. Ey, was machst du da? Entschuldigung. Nicht für meine SN SN. Täuschiert dich noch mal. Wenn du noch einmal an mein Futtern abgehst, dann werde ich in dein Katzenklo scheißen. Und zwar mit Dünnpfiffen. Bleibt locker, Mann. Ist ja gut, Mann. Hallo. Hey, was geht ab, Mann? Hey. Hey. Was soll das? Hey. Hey. Nein, 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 nein. Hey, was ist los, Alter? Hey, was soll das? Hey, ich hab gerade erst angefangen, Mann. Runter da. Das ist meins. Komm, runter da. Lass mich. Lass mich. Das gehört mir. Ich hab noch gar nichts gegessen, Mann. Hilfe. Gib es mir später. Meine Frau steht da. Ich bin auf Diät. Hey, mach es weg. Meine Frau kommt gerade zu, Mann. Oh, lecker. Mach es weg. Oh, Mann. Das ist echt guter Stoff, Leute. Hey, du schläfst schon. Und du? Du meintest doch, du hältst auf. Sehen wir doch. Bereit? Ja. Sicher? Ja. Okay. Ja. Na, da genießt jemand sein Leben, hä? Läuft bei dir. Hey. Was filmst du mich? Ja, ist ja gut. Nerv nicht. Okay. Okay. Bleib locker. Oh, da kommt er schon wieder. Oh, yeah. Ich liebe Sahne. Bitte gib mir ein bisschen Sahne. Warte, ich mach's auf. Ich helfe dir, warte. Scheißding. Gib her. Gib her. Gib her. Gib mir ganz zu viel. Ja, ich geb dir alles. Warte. Ich kann's kaum erwarten. Mach die Hände auf. Okay. Ja. So, das müsste reichen. Warum ist das alles? Gib mehr. Ich seh mehr. Los. Nicht zu viel auf einmal. Ich liebe es. Los. Warte, gleich hab ich's. Ich hole uns hier raus. Das ist mein Kreuz. Halt doch mal schnell, Mann. Das tut weh. Jetzt gleich hab ich's. Warte. Mach doch schnell, Mann. Mach doch schnell, Mann. Doch mal locker, Mann. Ich kann nicht mehr. Da ist der Schlüssel. Was ist denn das? Die verdammten Hunde fressen aus meinem Fressnapf. Ich verhunger hier. Und die fressen alles auf. Verdammte Wichser. Ich bin der Held dieser Stadt. Immer bereit, mein Zuhause zu beschützen. Ich beobachte alles von meinem Platz auf dem Dach. Ich bin der Wächter. Und ich werde immer auf der Hut sein. Also, passt auf. Halt. 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 Verdammter Wichser. Komm mit. Ganz ruhig. Was ist denn los? Ja, wir hören dich. Halt. Schnell. Schnell. Wir kommen schon. Halt mich hier raus, verdammte Scheiße. Ganz ruhig, Mann. Hilfe. 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 Sie sind da. Warte, ich komm mit. Warte. Oh. Es ist nicht, wonach es aussieht. Ich wollte nicht die Elektroleitung durchspeißen. Ich wollte nur die Stromleitung checken, weil in meinem Zimmer kein Licht ist. Ich schwöre, ich wollte nichts machen. Ich schwöre auf deine Mutter. Meine Mutter ist letzte Woche gestorben. Bitte. Bitte. Hey. Verpisst euch. Verpisst euch. Scheiß Paparazzis. Ich hab Angst. Die Idioten müssen uns immer filmen. Habt ihr noch nie Affen gesehen, die zur Schule gehen, oder was? Warte, warte auf mich. Ey, wir pisst euch jetzt. Komm her, Schwester. Komm her. Was wollen die denn von uns? Ey, wer bist du denn? Wir kommen zu spät. Los. Komm, wir müssen los. Wir kommen zu spät zur Schule. Los, schnell. Meine Hände fühlen sich so komisch an. So schrumpelig. Das ist voll komisch. Hä? Wo ist denn mein... Wo ist der? Ach, da ist er. Ja, voll schrumpelig. Oh, was ist das für eine schöne, kleine, süße Katze? Komm her. Oh, scheiße, was ist das? Das ist doch keine Katze. Das ist ein großer Tiger. Oh, Mann, du hast ganz schön dicke Bauch. Du wirst so viel dir essen gegeben. Du musst Sport machen, kleine Katze. Scheiße. Komm schon. Nein, das ist Mais. Gebe her. Das ist Eiscreme. Los, gib schon. Ein bisschen. Noch ganz wenig. Okay, ganz bisschen. Los. Ah, danke. Danke. Hallo? Ah, ah, ah. Du verdammter Wichser. Bist du dir 100% sicher? Ja, ja. Lass mich riechen. Was ist dieses Haus? Ja, Mann. Und, ist es das? Das ist dieses Haus. Hier wohnt dieser Hund. Wo müsst ihr sicher sein? Hier wohnt dieser verdammte Hund. Okay, dann klingeln wir. Okay. Hallo ihr Arschbuletten. Lachen ist gesund. Deshalb starte ich den Tag mit den Videos von Arschbulette. Reicht und kommentiert seine Videos, das würde ihn freuen. Ich küsse euer Herz ihr Süßen.